Herzlich Willkommen hier zur Halbaufnahme hier zum Arsch, Mändelort Feld Nr. 6 bei Resterarbeiten schön, das heißt hier ein bisschen nachflügen. Dazu machen wir mal Licht an. Flug lassen wir runter und dann wollen wir mal gleich ein bisschen grob nacharbeiten, was wir hier zumindest an den Rändern und in der Mitte, wo auch verflucht werden muss, gleich noch nachfliegen. Bevor der Winter einbricht, voll, dann werden wir weiterhin Produktion betreiben, beliefern, verkaufen, auch mal Holz machen sicherlich, also Holzräume füllen, aber erstens die Reune mal zu sehen, dass wir den Winter erreichen, das heißt auch dann die Umstellung durchziehen, auf Richtung 6 Tage. Das machen wir erst aber nach 0 Uhr. Der Meldt ja nun Schnee an uns zu gucken, nach Flocken kommt gefallen, nicht bedeutend, nichts nie geblieben, ne. Da müssen einige Fahrzeuge in Richtung, ja. Da haben wir Hof und, was auch wichtig ist, wir müssen alle Fahrzeuge waschen, reparieren und dann wegräumen. Das werden wir alles machen, sobald wir hier fertig sind, ne. Dann verkaufen wir noch ein bisschen Bier, Bodybys, Blendenpapier, denkt sicherlich, muss da sein, Papier an sich, Verpackung, gewisse Holzsachen. Und, wo so ein oder andere Zeug da ist. Ich weiß aktuell nicht, was noch da ist im Lager, ob das verkauft werden kann. Ähm, meistens kann er verkauft werden. Normaler Makernier, hat nicht aktiviert, macht nix. Verkaufen wir intern hier. Gut viel. So, das ist ja die Ecke. Hab das hier macht nix. Die soll hier am Frühjahr hopfen rein. So, da haben wir fünf Streifen zu sehen. Die Ecken machen sie aber nicht für sauber, die Jungs. Vom Mädels hier. Aber gut. Kennen wir ja schon, ne. Ich hab hier heute die neue Version. Ich hab hier wieder geladen. Und Outreif. Outreif ist auch neu. Ob da genug anders ist, keine Ahnung. In der neuen Version haben wir meistens Fehler gehoben. Und andere Dinge erneuert. Sicherlich. Die meisten Sachen nutze ich sowieso nicht. Aber. Fahrt aber doch. Ist ganz gut, wenn man es hat, ne. Ist gut geworden hier. Gehen wir den Streifen zurück. Der oben noch nicht gemacht wurde. Brauchen wir immer. Ja, heute ist Familie Sonntag. Und das ist die erste Motorfolge. Wünsche euch alles schön. Wochenstart. Ich bin gestern nicht zugekommen, die Marsch aufzunehmen. Ich mach's heute, am Sonntag. Das geht auch. Da ich ja morgen frei habe. Endlich. Ein paar Sachen muss ich noch erledigen. Ich muss noch einen Fotografen hier Passbilder machen lassen. Damit ich dann, wenn man zu Hause bin, noch einen neuen Pass beantragen kann. Aber da läuft nämlich ab. Irgendwann im. Ja. Dezember. Ja. Da ich ja kaum gelinget habe. In den Haus zu fahren. Ist es besser. Man macht das früher, ne. Die Behörden lassen sich ja auch mehr Zeit näher. Das ist doch nicht so ideal. Und kein gültigen. Pass oder Ausweis. Ich meine, so sind ja keine Kontrollen, ne. Aber. Gerade denn sind welche, ne. Erst mit der Flüchtlinge an der Autobahn. Weil der so plötzlich ist. Boah. Die weltgrüne Grenze. Das brauche ich da nicht. So. Über die Autobahn einreisen, ne. Über die Autobahn reisen und die doofen rein. Die Profis, die sich auskennen, die machen das sowieso nicht. Die gehen extrem voll zu Fuß. Aber mich wird keinen mitnehmen, deswegen. Anhalte oder so. 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 wie da das mit dem funktioniert. So. 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 wie da das mit dem funktioniert. da sprechen. und warum das mit dem gerät. flackern die so. Vielleicht können wir morgen noch einige Fälle düngen, mal sehen, aber das ist eh unwahrscheinlich. Wenn nicht mal Regen, die Sonne scheint nicht runter, also schön rot. Wieder ein Jahr vorbei in L.S. Vielleicht macht der Regen ein bisschen sauber, aber das ist hilfreich. So, hier ist wieder Gras drin. Ich kann nur sehen, ich muss gewachsen. Wahnsinn, hier noch wächst. Richtung Hof. Oder gleich Richtung Wald, wo die Baumstumpfen sind. Eifahndenhof. Entschuldigung. Du siehst die Hanfe auch nicht. Ein bisschen besser, aber nicht viel. Ich musste ein Radar haben. Spiegel denn lustig? Das ist die Straße. Und Baum. Ha! Straße und Baum. Der Baum wollte doch nicht weichen. Dann müssen wir grob die Richtung schätzen. Aber hier alle Straßen finden grob. Der Baum. Der Baum ist recht gut. Der Baum soll auch nicht erreichen. Wo ist denn genau so? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Die Spiegel sind cool. Heller wie vorne. Hier ist der Edeka. Jetzt kommen wir Richtung Händler, glaube ich. Die Tankstelle. Wird man geradeaus fahren können, wenn wir Richtung Händler kommen. Jetzt sind wir Richtung Feld 21. Hier ist die Gespensttisch im Spiegel. Die wollen noch abbiegen. Ups. Der Hof. Flyer-Track. Ja, fahren wir zurück. Dann werde ich ganz kurz die Folge beenden. Wir sagen jetzt schon mal. Tschüss. Schau, tschau. Schönen Dank fürs Reitschauen. Wir machen gleich weiter. Morgens früh. Mit. Waschen. Und reparieren. Und dann noch Tiereversor. Tschüss. Tschau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und기